Und damit herzlich willkommen Willkommen zu einem neuen Let's Play Und zwar Pokémon Feuerrote Edition Ich hab so Bock drauf Erstens schön wieder ein altes Pokémon spielen Ich sag euch aber gleich, ich bin nicht gut Ich bin auch kein Experte Aber es macht einfach Bock Und deswegen hab ich Bock, das zu Let's Playen Ähm, war erstmal gewöhnungsbedürftig Das läuft halt über einen Emulator Logisch Ähm Und ähm Ja, also A ist hier B und Y ist A Das war halt so ein bisschen Erstmal so, hä, welche Tasten muss ich drücken Weil hier wird natürlich die normale Ähm, Erklärung gegeben Von dem Game Boy Advance So, oh, jetzt fängt's hier schon an Ähm Ich hab schon wieder zu viel gelabert Egal, wir hören uns das natürlich gern nochmal an So, äh, ich beschleunige das einfach mal so Kann ja mal Start drücken Und dann geht's los Äh, also wie gesagt Ich bin kein Experte Was, äh, Pokémon und so weiter angeht So, ähm Aber ich hab einfach, äh, richtig, richtig Bock drauf So, die Knopfbelegung brauchen wir uns halt nicht wirklich angucken Weil das nicht so viel bringt So Die Welt, in die du jetzt gelangst Wird dir ein Abenteuer bescheren Indem du der Held bist Rede mit den Leuten Und überprüfe Dinge Wo immer du bist In Städten Auf Straßen Oder in Höhlen Sammle überall Informationen Alles klar, das machen wir Neue Wege werden sich auftun Indem du Menschen in Not hilfst Herausforderungen meisterst Und Rätsel löst Manchmal wirst du von anderen herausgefordert Und von wilden Geschöpfen angegriffen Sei tapfer und lass dich nicht beirren Natürlich werden wir uns nicht beirren lassen Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen Um deinen Charakter zu festigen Das ist unser Hauptziel Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen Alles klar, ich drücke Y Ach, der gute, der gute Professor Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon Mein Name ist Aich Man nennt mich den Pokémon-Professor Diese Welt wird von Wesen bewohnt Die man Pokémon nennt Für manche Leute sind Pokémon Haustiere Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus Ich selbst Habe mein Hobby zum Beruf gemacht Und studiere Pokémon Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen Ah, das krieg ich vielleicht noch hin Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Das ist eigentlich blöd, ne? Man steht ja theoretisch vor dem Und soll jetzt erst mal Sagst du, ja, bist du ein Junge, bist du ein Mädchen? Das kann ich leider bei dir jetzt nicht so gut erkennen So, ein Mädel sind wir natürlich Oh, fesch Sehr fesch Wie lautet dein Name? Oh, das weiß ich doch nicht So, ich mach mal einfach meine Hupala Ich mach einfach mal die Abkürzung meines Meines Kanalnamens So, Cryly Dachte ich so, ist halt so Hupala Die Abkürzung von Crydentless Ich denk das passt So, äh Start Ja, ich Ja, ist in Ordnung Genau, dein Name ist also Cryly Ganz exakt Dies ist mein Enkel Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen Also in den neueren Spielen ist das ja so Dass man eigentlich zwar Rivale ist So ein bisschen Aber man sich trotzdem gut versteht Ich glaube in den alten Teilen ist es halt noch so Dass man sich wirklich nicht leiden kann Hm, wie war noch gleich sein Name? Ist auch ein bisschen traurig, dass er den Namen seines Enkels vergisst Ähm Grün Ja Genau Ich nenne mein Kind grün Was ist das denn? Also wirklich Ich würde ihn jetzt einfach mal Hugo nennen Das ist ganz lustig Grün Also wirklich Also ich meine Ich weiß, da steckt was dahinter Aber Nein Einfach nur nein Aha War es Hugo Ja Ja, das ist dein Enkel Du solltest doch wissen, wie dein scheiß Enkel heißt Ey Meine Güte Hugo Stimmt Es lag mir auf der Zunge Ja Alles wohl Papa Cryly Eine unglaubliche Reise Ähm Erzählen Ähm Dass sich natürlich jetzt mein Uploadplan etwas ändert Ähm Es kommen halt jetzt auch für die anderen Let's Plays Also Endzone und Foundation Ähm Kommen jetzt nicht mehr zweimal pro Woche Äh Eine Folge Sondern pro Let's Play Eine Folge pro Woche Und das habe ich erstmal wie folgt aufgeteilt Montags kommt Endzone um 18.30 Uhr Mittwochs kommt Foundation um 18.30 Uhr Und freitags kommt Pokémon Äh Auch um 18.30 Uhr Und Ich hoffe, das ist erstmal so in Ordnung Ich Ähm Dachte so, das passt dann besser Äh Auch so von meinem Zeitmanagement her Klappt das dann einfach besser Wenn ich dann einmal pro Woche Pro Let's Play halt was hochlade Und jetzt habe ich halt auch schon drei Projekte Äh Laufen Vielleicht kommt auch noch ein viertes dazu Dann hätte ich sowieso auf eine Folge pro Woche reduziert Und Ja Also ich werde jetzt auch Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt Ich hatte letztens Äh Sims 4 gestreamt bei Twitch Diese Streams werde ich jetzt in Zukunft auch aufnehmen Und dann halt bei YouTube immer mit hochladen Und Dann habe ich auch noch Äh Nochmal so extra Sachen dabei So Was haben wir hier? Cryley spielt NES Cool Okay Die Reise kann beginnen Alles klar Ich äh Habe jetzt nicht so lange gespielt Cryley schaltet den PC ein Was willst du tun? Habe ich Briefe? Hier ist kein Brief Was willst du tun? Item nehmen Habe ich hier Items drinnen? Oh ich habe einen Trank Wie cool Ja Nehmen Her damit Okay Ja alles klar Zurück Äh Zurück Was willst du tun? Ich möchte bitte ausschalten Danke Haben wir hier irgendwie was drinnen? Das ist eine schöne gefertigte Anrichte Es passen eine Menge Sachen hinein Alles klar Das interessiert mich brennend Wow Unmengen Bücher über Pokémon Hätte ich mir jetzt überhaupt nicht denken können Dass da vielleicht Bücher bei Pokémon drin sind So was haben wir hier Eine Nachricht Wenn du nicht weiter weißt Rufe das Hilfe-Menü durch Drücken der L oder R-Taste auf Ja Das habe ich übrigens noch nicht rausgefunden Ähm Was äh L und R-Taste ist Bei der normalen Tastatur Aber Hilfe-Menü habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht Deswegen Äh Ja Hallo Mutti Ich gucke mal ein bisschen Fernsehen Es läuft ein Film im TV Ein bezopftes Mädchen Echt? Heißt das so? Wenn man einen Zopf trägt? Ein bezopf? Okay Läuft einem gelben Steinweg entlang Ich breche auch besser auf Wow Okay Dann können wir hier ein paar Teller klauen Die Teller sind ordentlich aufgeräumt Okay Hier Es riecht lecker Es ist Okay Es riecht lecker Jemand hier muss gekocht haben Da steht zwar überhaupt nichts zu essen drauf Aber okay So Mutti Mutter Genau Jedes Mädchen träumt vom Reisen Das sieht man im Fernsehen Oh ja Professor Eich von nebenan Hat nach dir gesucht Oh Dann gehen wir wohl mal nach nebenan Zu Professor Eich Ich nehme auch auf was, was ich angucken kann Pflanzen muss ich mir glaube ich nicht angucken Haben wir Post Hallo Haus von Cryley Oh ne Okay Hallo Hallo Mädchen Hm Ist das richtig? Oh Sieh nur Drücke Start Um das Menü aufzurufen Ja Das scheint zu funktionieren Und beenden Danke So steht hier irgendwas für Schickes da Alabastia Dich erwarten aufregende Abenteuer Okay So wer wohnt hier? Haus von Hugo Gucken wir mal Ob wir ihn antreffen Und danach gehen wir zu Professor Eich Hallo Sarah Sarah Hallo Hallo Cryley Hugo wartet in Opas Labor Alles klar Dankeschön Na hier Können wir nicht auch nochmal Fernsehen gucken Kriegen wir hier irgendwas? Wow Unmengen Bücher über Pokémon Nein Hier haben einfach nur alle Bücher über Pokémon Hupala Jetzt bin ich vor die Wand gelaufen Das Kriege ich ja richtig gut hin So Lass mal mit dem hier noch reden Die Technik heutzutage ist unglaublich Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen Oh mein Gott Professor Eich Pokémon Labor Das ist unser Ziel Starten wir mal Hallo Wer bist du? Ich bin Professor Eichs Assistent Ich studiere mit ihm die Pokémon Oh das hätte ich mir jetzt überhaupt nicht denken können Ey lauf nicht weg Professor Eich ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen Okay Und du? Kannst du mir auch noch ein bisschen was erzählen? Hallo Ich bin Professor Eichs Assistent Ich studiere mit ihm die Pokémon Die labern halt alle dasselbe Hallo Was willst du denn? Hugo Hallo Cryley Opa ist gerade nicht da Okay Opa ist nicht da Dies hier sind Pokébälle Sie enthalten Pokémon Okay Opa ist nicht da Dann werden wir wohl mal Professor Eichs suchen gehen Ich weiß halt nicht wo er hin ist Eigentlich müssen wir jetzt hier hoch Warte Geh nicht raus Was willst du denn? Ah da Professor Eichs Draußen ist es gefährlich Wilde Pokémon leben im hohen Gras Du brauchst eigene Pokémon Um dich zu schützen Komm folge mir Okay Ich folge dir ganz unauffällig Okay Ich folge ihm weiter Hallo Opa Ich will nicht länger warten Hugo Lass mich nachdenken Ach richtig Ihr solltet ja zu mir kommen Wartet einen Moment Hier Cryley Dort liegen drei Pokémon Hahaha Was auch immer da jetzt so witzig dran war Sie befinden sich in den Pokébällen In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon Trainer Jetzt da ich alt bin Habe ich nur drei Pokémon übrig Aber ich gebe dir eines ab Wähle Okay Hugo Halt Opa Und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld Hugo Auch du sollst eines bekommen Alles Klärchen So Gucken wir mal was hier drin ist Ah Bisasam soll es sein Es ist leicht zu trainieren Cryley Du möchtest also Das Pflanzen Pokémon Nein Das möchte ich nicht Ah Shiggy soll es sein Es ist das Tränen wert Cryley Du möchtest also Das Wasser Pokémon Shiggy Ähm Ja schon Also Eigentlich habe ich eine Schwäche Für Feuer Pokémon Aber Da ich ja auch nicht immer Dasselbe machen will Und halt in jedem Pokémon Spiel Weil ich bis jetzt Gespielt habe Immer das Feuer Pokémon hatte Dachte ich Ich probiere es jetzt einfach mal Mit Mit einem Wasser Pokémon zu starten Das ist so eine In Anführungsstrichen Challenge jetzt für mich Ähm Also für mich ist das schon eine Challenge Jetzt nicht mein gewohntes Ähm Pokémon zu nehmen Am Start Aber ich denke Das können wir mal machen Weil auch Ähm Das ist das Was ich auf jeden Fall weiß Die erste Arena Ist eine Gesteins Arena Und da ist jetzt Feuer nicht Unbedingt Hilfreich Deswegen Ähm Hätte ich ganz gern Das Wasser Pokémon Ähm Wir gucken uns natürlich Aber noch an Ähm Welches das Ähm Feuer Pokémon ist Und ja Ganz klar Glumanda soll Ähm Trainiere es geduldig So ja Ähm Nein ich möchte Also eigentlich schon Aber Nein ich möchte bitte Das Wasser Pokémon Ich Habe mir das schon so ausgedacht Dass ich mit Wasser beginne Alles klar Ja Das Training ist es wert Und das werden wir auch Gleich mal testen So ja Ich möchte bitte Dieses Wasser Pokémon Dankeschön Ist wirklich Energie geladen Cryley erhält Shiggy Möchtest du Shiggy Einen Spitznamen geben Achso Ich bin übrigens Ich gebe keine Spitznamen Weil ähm Sich dann die Namen Halt nicht mehr ändern Und ich immer Keine Ahnung Hab wie Ähm Entwicklungen heißen Ähm Deswegen lasse ich die Namen Immer gern so wie sie sind Dann Äh Weiß ich Welches Pokémon Das jetzt genau ist Und wie das richtig heißt Und ja Also bei mir Gibt es keinen Spitznamen Also ich nehme Dieses hier Hugo erhält Bisasam Ja Soll er gern haben Weil Bisasam Marke Kaum jemand Okay Kann ich nochmal mit dir reden Wenn du auf ein wildes Pokémon Triffst Dann kann dein Pokémon Dagegen kämpfen Oh mein Gott Mein Pokémon sieht viel stärker aus Ja Sehr gut Du Angeber Warte Cryley Lass uns unsere Pokémon testen Komm schon Ich fordere dich heraus Warum hat er das eh nicht Indem gemacht Als ich mit ihm gesprochen habe Na ja gut Eine Herausforderung Von Vivalo Hugo Wie Sazam wird von Rivale Hugo In den Kampf geschickt Alles klar Ja Das ist natürlich schön Pflanze Ah ok Oh Um Himmels Willen Aufdringlich wie immer Cryley Dies ist sein erster Pokémon Kampf Nicht wahr Ein Pokémon Kampf Findet statt Wenn Trainer mit ihren Pokémon Gegeneinander kämpfen Der Trainer Dem es gelingt Die Pokémon Des anderen Trainers Zu besiegen Indem er ihre KP Auf Null bringt Gewinnt Aber darüber hinaus zu reden Aber darüber zu reden Hilft nicht Du musst selbst Deine Erfahrung machen Ja Dann hör auf zu reden Kämpfe und lerne Ja Ich Hatte ich schon Ah Ich hab noch nicht mal Wasserattacken Äh ok Dann halt ein bisschen Tackle ne Was geht denn Uh Dem Gegner Schaden zuzufügen Ist der Schlüssel Zum Sieg Ach was Das hätte ich mir Jetzt nicht denken können Oh ne Er setzt auch Tackle ein Ja Das wird lustig ne Äh Er setzt Tackle ein Jetzt Tackle ein Ja Das wird jetzt Sehr interessant Dieser Kampf Tackle 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 Wir tacklen hier Ein bisschen rum Ja Er setzt auch schon Wieder Tackle ein Ok Wieso bin ich jetzt Schon gelb Und er noch Na Das finde ich Nicht in Ordnung Ähm Komm Wir werden's mal Mit dem Volltreffer Oder so Oh ne Du machst mich kaputt Komm Volltreffer Komm schon Irgendwie Das ist nicht gut Ich glaube nicht Dass ich ihn jetzt besiegen kann Aber er würde mich Das nächste Mal besiegen Komm schon Ja sag ich ja Na toll Ja jetzt bin ich weg Oder Oh ne Einen hab ich noch Alles klar Ok Dann hab ich gerade Ganz knapp Ganz ganz knapp Gewonnen Aber ja Wenn man halt so Sich gegeneinander Nur ein bisschen tackled Ist das jetzt Nicht sonderlich spannend Und Ähm Ja aber wir sind schon mal Level aufgestiegen Shiki erreicht Level 6 Ok Ähm Ich glaube nicht Nicht dass ich euch die Werte Jedes Mal vorlesen muss Oder Ich denke Das können wir einfach so lassen Spieler besiegt Rivale Hugo Was unmöglich Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht Haha Ich gewinne 80 Dollar Was auch immer Ich weiß leider nicht Wie die Währung da Sich schimpft Grandios Bei einem Sieg Erhältst du ein Preisgeld Und deine Pokémon Werden stärker Kämpfe gegen andere Trainer Und stärke so deine Pokémon Mach ich Ok Ich werde meine Pokémon trainieren Damit sie stärker werden Cryley Opa Wir sehen uns später Tschüss Tschüssi So Jetzt kann ich aber gehen Oder Wir gehen nochmal zu Mutti Weil Mutti macht uns gesund Du siehst geschafft aus Hallo Mutti Cryley Du solltest da eine kurze Pause Ein Ok Dann halt eine kurze Pause Mutter Sehr gut Du und deine Pokémon Sehen großartig aus Achte auf dich Aber natürlich Mutti Ich achte immer auf mich Tschüss Ich gehe und komme nie wieder So Kann ich mit der hier Eigentlich nochmal reden Ich war der Meinung Dass die mir eine Karte gibt Hallo Cryley Ich hörte Dass du gegen Hugo Kämpft hast Das hätte ich gern gesehen Oh Ne Ok Dann war das in einem anderen Spiel Wo die mir eine Karte gibt Ist Ist in Ordnung Dann Dann Glaube ich jetzt halt einfach so So los Hallo Ich hätte noch keines angegriffen Das ist sehr unwahrscheinlich Hallo Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Och Gott Die Musik ist so schön Ja Oh Ein Taubsi Och Gott Ist das knuffig Ich finde Taubsi ist da irgendwie niedlich Und in dieser Grafik erst recht So Ein bisschen Tackle Boom Hat jetzt nicht ganz so viel gebracht Aber egal Tackle Kämpfe werden noch Die werden noch besser Also ein bisschen aufregender Zumindest Ich Wenn jetzt hier Dann auch Tackle Wenn ich mehr Attacken habe Dann Ich bin übrigens auch kein Fan Von diesem Rutenschlag Und keine Ahnung Was es da noch alles gibt Hier mit Verteidigung Stärken Angriff Senken Blablub Die verwende ich Quasi nie Oder super super selten Schicki erhält 23 E-Punkte Alles klärchen Hallo Ich möchte bitte Danke Oh noch ein Taubsi Wir können Wir haben jetzt leider noch keinen Pokéball Den kriegen wir glaube ich gleich Wenn ich mich richtig entsinne Setz Tackle ein Yay Oh noch ein Tackle Tackle Ja ich hoffe jetzt Das Ah Ist daneben gegangen Super das ist sehr gut Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit Ja Ein Volltreffer Taubsi Wild Runde besiegt Schicki erhält 23 E-P Sehr schön Und wir sind Level 7 Traumhaft Blubber Ja Unsere erste Wasserattacke So Wir gehen jetzt hier mal weiter Ich glaube das ist hier nämlich so ein Verkäufer Hi Ich arbeite in einem Pokémon Supermarkt Sag ich ja Wir verkaufen viele praktische Dinge Du findest unseren Laden in Vertania City Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk Hier bitte Oh ein Trank Jetzt habe ich zwei Tränke Criny steckt den Trank in die Itemtasche des Beutels Alles klärchen Wir können eigentlich noch mal ganz kurz zum Mutti uns noch mal heil machen Und dann Ah ja Genau deswegen Kann ich gleich unsere Wasserattacke einmal testen Ich weiß Normal ist da jetzt keine besondere Keine besondere Dingsi bumsi Keine besondere Wirkung Aber Ist auf jeden Fall ein bisschen stärker als Tackle So Ja komm dir mal ein bisschen Blubber Ach das ist so niedlich gemacht Also ganz ehrlich Ich finde das so knuffig Ja komm Ja Taub sie wird wohne besiegt 23 Das sind jetzt nicht so viele So ich wollte wie gesagt noch einmal kurz zum Mutti Uns einmal heilen Unsere Pokémon Da und der Pokémon Wir haben ja noch So genau Legen wir ganz kurze Pause nochmal ein Und dann können wir los nach Vertania City Ach das sieht großartig aus Genau Wir können dann los nach Vertania City Aber Das Kommt dann In Der Nächsten Folge Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich hatte auf jeden Fall Spaß Ich Mega Hammer Geil Dass das hier alles so klappt Mit dem Emulator Und dass wir auch Roms gefunden haben Also ich und mein Freund haben uns die gesucht Ähm Mega geil Ich hab so Bock auf Pokémon Aber wie gesagt Ich bin da kein Profi drin Ich werd's wahrscheinlich auch nie sein Aber es ist mega Es macht mir einfach Spaß Ich find die alten Spiele super Und Ja Ich würd mich freuen wenn ihr ein Abo dalasst Ähm Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal Tschüssi